In der Unterhaltungselektronik jagt eine technische Neuerung die andere. Nach Full-HD-Fernsehern etablieren sich momentan Geräte mit noch höherer Auflösung, sogenanntem 4K. Da fast alle großen Hersteller eigene 4K-Modelle anbieten und das Sortiment stetig wächst, verlieren Käufer schnell den Überblick. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten 4K-Fernseher-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der Philips 65 Pass 8507 hat mich mit seiner herausragenden Bild- und Tonqualität vollkommen überzeugt. Das HDR-Bild mit Dolby Vision bietet eine kinoähnliche Erfahrung mit lebendigen Farben und beeindruckenden Kontrasten. Das Dolby-Soundsystem sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis, das mich mitten ins Geschehen zieht. Besonders faszinierend ist das einzigartige dreiseitige Ambilight-System von Philips. Die intelligenten LEDs hinter dem Bildschirm reagieren simultan auf das Geschehen auf dem Bildschirm und schaffen so magische Filmabende. Das schlanke Design des 4 Kelvin Smart TVs passt perfekt in jedes Anterieur und die schlanken Füße runden das Gesamtbild ab. Als Marktführer im Bereich Haushaltselektronik steht Philips für Qualität und der 65 Pass 8507 ist keine Ausnahme. Die Verarbeitung ist hochwertig und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Mit der Möglichkeit, die Apps auf dem Homescreen anzupassen und die Lieblingsfilme und Serien zu streamen, bietet dieser TV alles, was man für ein ultimatives Heimkinerlebnis braucht. Auf Nummer 4 Der LG 75UM71006LC hat mich mit seiner beeindruckenden Leistung und den vielfältigen Funktionen absolut überzeugt. Mit seinem 4K IPS LCD-Display und den direkt beleuchteten LEDs liefert er gestochen scharfe Bilder mit einem breiten Betrachtungswinkel. Die Bildverarbeitung durch den Quad-Core 4K Prozessor mit iSound und zweistufiger Rauschunterdrückung ermöglicht ein beeindruckendes Serienlebnis. Besonders beeindruckend ist der Filmmaker-Mode, der sicherstellt, dass das Bild so dargestellt wird, wie es vom Regisseur beabsichtigt war. Die Unterstützung von HDR mit Active HDR, HDR10 Pro und HLG sorgt für beeindruckenden Kontrast und lebendige Farben. Die Smart TV-Funktion mit Webus 5.0 bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Streaming-Diensten. Mit der optionalen Magic Remote Control kann der TV sogar mit Google Assistant, Alexa und Airplay 2, HomeKit gesteuert werden. Die HDMI 2.0-Schnittstelle und HGIG-Unterstützung machen den TV zukunftssicher und ermöglichen ein noch besseres Spielerlebnis. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Der Metz Blue Roku TV hat mich in jeder Hinsicht beeindruckt. Mit seinem direkt beleuchteten Ultra-HD-Display und HDR10 liefert er gestochen scharfe Bilder in lebendigen Farben. Die Kombination aus 4K-Auflösung und dem Triple-Tuner für DVB-CS2-T2 ermöglicht mir den Empfang von Satelliten, Kabel und Antennensignalen, perfekt für vielfältige Empfangsmöglichkeiten. Das beeindruckende Klangerlebnis wird durch die eingebauten Lautsprecher mit Dolby Digital Plus, Dolby Digital und DTS Studio Sound erreicht. Egal, ob Filme, Serien oder Musik, der TV bietet eine herausragende Soundkulisse. Besonders hervorzuheben ist die kostenlose Roku-App, mit der ich den TV ganz bequem steuern kann. Die Sprachsuche und die Möglichkeit, den Ton über Kopfhörer zu hören, sind äußerst praktisch. Dank der Cross-Channel-Suche finde ich leicht meine Lieblingstitel und erfahre, wo sie gestreamt werden, kostenlos oder zu den besten Preisen. Die Unterstützung beliebter Sprachassistenten wie Apple Airplay, Apple Home, Alexa und Google Home macht die Bedienung noch komfortabler. Als zusätzliches Highlight erhalten neue Apple TV Plus Abonnenten 3 Monate kostenlose Nutzung. Bei Nummer 2 Der TCL 43 P639 hat mich von Anfang an beeindruckt. Mit seiner hochauflösenden 4K UHD-Auflösung und HDR10-Unterstützung liefert er gestochen scharfe Bilder mit beeindruckender Farbbrillanz. Das dynamische Farbverstärkungssystem von TCL sorgt für eine lebendige und qualitativ hochwertige Videoerfahrung, die mich förmlich in das Geschehen eintauchen lässt. Das Dolby-Audiosystem des TVs garantiert ein beeindruckendes Klangerlebnis, das mich mitten ins Geschehen versetzt. Egal, ob ich Filme, Serien oder Spiele genieße, der Sound ist stets kristallklar und mitreißend. Besonders für Gaming ist der TCL 43 P639 perfekt geeignet. Dank HDMI 2.1 und Elm Auto Low Latency Mode profitiere ich von minimaler Latenz und optimalen Bildsettings für ein reibungsloses Spielerlebnis. Die Anschlussvielfalt mit 3 HDMI und 1 USB-Anschluss, LAN und Bluetooth bietet flexible Optionen für meine Geräte. Die integrierten Tuner, DVB-CS2-T2, ermöglichen den Empfang verschiedener Sender. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Als stolzer Besitzer des Philips 58 Pass 8506 124K UHD-TVs bin ich einfach begeistert von der atemberaubenden Bildqualität und den smarten Funktionen dieses Geräts. Das 146 cm, 58 Zoll, große Display und die dreiseitige MB-Live-Technologie schaffen ein Immersive-Seerlebnis, das mich förmlich in meine Lieblingsfilme und Serien eintauchen lässt. Die Bildoptimierung durch den P5 Perfect Picture Engine, Dolby Vision und HDR10 Plus sorgt für gestochen scharfe Bilder mit beeindruckenden Farben und Kontrasten. Egal, ob ich Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube nutze, die Bildqualität bleibt stets auf höchstem Niveau. Die Integration von Android TV 10 mit Google Assistant und Alexa ermöglicht eine bequeme Sprachsteuerung und den Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Streaming-Diensten. Auch die MB-Live-Musik-Funktion, bei der die Lichter im Takt der Musik pulsierten, hat mich positiv überrascht und sorgt für eine tolle Atmosphäre. Der Sound ist ebenfalls hervorragend. Dolby Atmos und iSound bieten eine klare Klangqualität, die durch den Dolby Bass Amplification noch verstärkt wird. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.